Musik Mama, bist du das auf den Fotos? Ja, das ist aber schon ganz schön lange her. Das kann ich dir aber sagen. 1982 wurde die Lobenthal Immobilienverwaltung gegründet. 1988 bin ich dort eingestiegen und 2002 habe ich sie übernommen. Immobilienverwaltung. Ist da jemand? Hallo! Ist da jemand? Bei uns erreichen sie immer jemanden. Unser Büro ist täglich von 8 bis 17 Uhr gesetzt. Und die Beiräte erhalten sogar für den Notfall die Mobilnummer der Geschäftsführung. Wir verwalten zurzeit etwa 850 Einheiten im Köln-Borner Raum, verteilt auf kleine, mittlere und große Momente. Musik Die Klingelanlage ist die Visitenkarte eines Hauses und muss immer gepflegt und einheitlich beschriftet sein. Das ist schön. Der Hausmeister hat seine Aufgabe gemacht. Der Löwenzahn ist raus. Ich zahle hier bei der Mauer ja nichts. Oder alles. Das ist doch wohl klar. Diese Mauer, die würde jetzt auch zusammenbrechen ohne meinen Baum. Unschöne Situationen gibt es immer wieder. Das Dickicht aus Vorschriften, Rechtsprechung und Gesetzen ist dicht und wächst ständig. Aber auch hier helfen wir ihm gerne durch. Ich habe euch die Rechtsprechung für den Monat Mai 2015 vorbereitet mit vier BGH-Urteilen, die wir jetzt nochmal für die Praxis besprechen müssen. Gut ausgebildete Mitarbeiter sind sehr wichtig. Deswegen haben wir regelmäßig Fortbildungen, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Paragraph 55 Absatz 2. Da steht das drin. Ich blick da nicht mehr durch. Wer kann die Rüsten? Man kann nicht alles wissen. Deswegen haben wir ein sehr gutes Netzwerk entwickelt. Dieses besteht aus Anwälten, Architekten und Maklern. Ich habe hier das Rohr ausgewechselt, die Verbindung neu gemacht. Das war das auch nicht wahr. Ja, ist gut. Wir haben einen erprobten und preisgünstigen Handwerkerstamm und können Ihnen ein Rundum-Sorglos-Paket aus verschiedenen Hausmeistern bieten. Hallo Frau Römer, das ist aber schön, dass ich Sie treffe. Ich wollte gerade zu Ihnen. Ihr Mann hat doch heute Geburtstag. Ich habe hier noch diese Karte für Sie. Da wird er sich sicher sehr drüber freuen. Vielen Dank. Mir sind persönliche Beziehungen sehr wichtig. Wir sind alle Menschen, die sich wohlfühlen wollen. Strukturiertes und prozessorientiertes Arbeiten schafft klare Aktenlagen und sorgt für größtmögliche Transparenz. Unseren Kunden stellen wir auf unserer Homepage in einem geschützten Bereich alle wichtigen Dokumente zur Ansicht oder zum Download zur Verfügung. Vertrauen ist gut, Wissen ist besser. Die Inhaber unserer Fremdgeldkonten sind die Wohnungseigentümergemeinschaften. Außerdem haben wir zu Ihrer und unserer Sicherheit eine Vermögensschaden-Habpflicht und eine Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen. Mama, kommst du jetzt zum Grillen? Ich komme jetzt, mein Schatz. Okay. Hallo Herr Schmidt, das ist aber schön, dass Sie kommen konnten. Das war jetzt nicht. Hallo Frau Lobenthal, danke schön für die Einladung. Lobenthal Immobilienverwaltung, endlich zu Hause.